Willkommen zu einer weiteren Einheit des Arbeitsbuch Statistik. Dieses Mal mit einer Einheit zum Thema Kombinatorik. Schauen wir uns die Aufgabe einmal an. An dem Campus einer Hochschule unterrichten zwölf Hochschullehrer, sieben weibliche und fünf männliche. Erster Teil der Aufgabenstellung. Teammeetings erfolgen an einem runden Tisch. Wie viele Sitzkombinationen gibt es bei freier Sitzwahl? Teil 2. Inwieweit ändert sich Aufgabe A, wenn kein runder Tisch vorliegt, aber lediglich hinsichtlich des Geschlechts unterschieden wird? Und Teil C. Wie viele Möglichkeiten existieren, ein Messeteam mit drei Mitgliedern zu bilden? Soweit zu der Aufgabenstellung. Arbeiten wir uns mal Stück für Stück durch. Fangen wir mit Aufgabenteil A an. Aufgabenteil A. Wie viele verschiedene Anordnungen gibt es? Hier geht es um Permutationen, und zwar Permutationen in einem Kreis. Das ist insoweit wichtig, weil dadurch, dass man einen geschlossenen Kreis hat, sich die Anzahl der Möglichkeiten, die Anzahl der Permutationen, reduziert. Während die Anzahl der Permutationen im Allgemeinen n Fakultät beträgt, bei n Teilnehmern, n Objekten, ist es bei einer Kreisanordnung immer einer weniger, also n-1 Fakultät. Genau das rechnen wir dann auch hier aus. Wir haben zwölf Hochschullehrer, also n-1 ist 11, also 11 Fakultät. Das ist die Anzahl der möglichen Sitzordnungen. Also haben wir insgesamt 39.916.800 mögliche Sitzanordnungen. Das wäre es dann auch schon mit dem ersten Aufgabenteil. Im zweiten Teil geht es auch um Permutationen, aber jetzt Permutationen, wo nur nach Untergruppen unterschieden wird. Wir haben jetzt zwei Untergruppen, die Männer und die Frauen. Wenn wir hier eine entsprechende Berechnung für die Permutationen machen wollen, sprechen wir zum Teil auch von Permutationen mit Wiederholungen und mit Teilgruppen. Hier bestimmt sich die Anzahl der Permutationen als n Fakultät, geteilt durch k1 Fakultät mal k2 Fakultät. k1 ist die Anzahl der Personen in der ersten Gruppe, k2 ist die Anzahl der Personen in der zweiten Gruppe. Hätten wir jetzt mehr als zwei Gruppen, hätten wir noch ein k3 Fakultät dran multipliziert, bei vier Gruppen noch ein k4 Fakultät. Hier brauchen wir nur zwei Faktoren, weil wir ja nur zwei Teilgruppen haben. Das heißt, wir haben einmal n Fakultät, also 12 Fakultät, geteilt durch 5 Fakultät für die erste Gruppe mit 5 Teilnehmern mal 7 Fakultät für die zweite Gruppe mit 7 Teilnehmern. Das heißt, insgesamt kriegen wir in dem Fall nur 792 mögliche Kombinationen, wenn die Einteilung lediglich danach aussieht, Mann oder Frau sitzt auf dem Platz und nichts anderes. Ja, und das war dann auch schon der zweite von den drei Teilnehmern. Dann bleibt noch der dritte Teil. Hier ging es um k aus n Untergruppen. Also wir wollen Teams bilden mit k Elementen und haben n Personen zur Auswahl. Also hier, wir wollen Teams mit drei Leuten, also k gleich 3, aus einem Pool von 12 Hochschullehrern, also n gleich 12 bilden. Wir haben hier implizit noch was dabei, nämlich die Forderung, dass es kein Zurücklegen gibt. Wenn ich ein Team bilde, kann ich nicht ein Team bilden, was dreimal aus genau der gleichen Person besteht, sondern ich brauche drei unterschiedliche Personen. Das heißt, ich kann hier eine Person, nachdem sie einmal gewählt wurde, nicht nochmal wählen. Und das ist gerade die Beschreibung für ohne Zurücklegen. Und in dem Fall bestimmt sich die Anzahl der Untergruppen als n über k. Das kann man auch ausrechnen. Dann wäre es n Fakultät geteilt durch k Fakultät mal n minus k Fakultät. Man kann es aber auch so direkt zum Beispiel in den Taschenrechner eingeben. Wenn man das macht, bekommt man hier an der Stelle 12 über 3 Fakultät. Wie gesagt, n 12, 12 Personen, 3 Personen in der Gruppe. Also haben wir hier insgesamt 220 mögliche Messeteams. Ja, das war dann auch schon der dritte der drei Teile. Das beendet auch die ganze Aufgabe. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie konnten etwas hieraus für sich mitnehmen. Weitere Aufgaben in dem Stil bzw. zu dem Arbeitsbuch finden Sie über die entsprechende Playlist. Ich sage, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.